beim leute herzlich willkommen zu einem ziemlich wichtigen info video und zwar bezüglich meines real life in der nächsten zeit und zwar werde ich für eine ziemlich lange zeit weg sein das fängt lasst mich lügen man fängt das an am 2 juni fängt das an da bin ich erst mal eine woche lang weg für die uni um an einem projekt zu arbeiten also bin ich eine ganze woche lang nicht da kann deswegen auch nichts produzieren oder so was in der art geht schon mal nicht und das ist aber leider noch nicht alles denn nach dieser woche vom zweiten juni geht es auch gleich schon weiter moment gucken so zwar geht es dann noch mal drei wochen lang weiter wo ich weg bin für den militärdienst den ich leider immer noch leisten muss ja ich muss jedes jahr muss ich drei wochen lang ins militär gehen oder ist ziemlich scheiße weil es doof und so also heißt ab dem zweiten juni bin ich insgesamt für vier wochen lang weg kann nichts machen ja auf youtube werde ich wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen rumgucken können ein paar videos schauen werde ich schon noch aber produzieren kann ich eben nichts mehr das ist leider immer noch nicht alles ich bin nach den diesen vier wochen zwar wieder zu hause aber dann beginnt schon so langsam meine prüfungszeit in der uni ich habe jetzt ein jahr lang so fast fast ein jahr lang habe ich jetzt durch und am ende dieses jahres kommen dann keine ahnung irgendwie zwölf prüfungen von weiß ich wie vielen fächern auf jeden fall tonnweise verschiedene prüfungen für die ich alle lernen muss und ich habe möglichst alle bestehen will und deshalb muss ich auch sehr viel zeit darin investieren und das heißt selbst wenn ich dann wieder zu hause bin werde ich wohl ich weiß noch nicht vielleicht doch nicht vielleicht erzähle ich jetzt totalen quatsch aber vermutlich werde ich dann die produktion etwas zurückschrauben müssen bis diese prüfungssession die im august dann ist oder ist sie im august ich weiß gar nicht ja ich habe sich im kopf moment ich kann mal gucken blub 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 ja die prüfungssession ist in august das heißt ich habe gott ich kann zueinander mit den daten oder ich habe keine ahnung vielleicht ich sage im juli ich weiß es nicht mehr auf jeden fall muss ich viel lernen und habe weniger zeit das wollte ich euch nur mal kurz mitteilen nicht dass ihr dann fragt da kommt überhaupt nichts mehr blablabla deabonniert ihn ja ihr dürft mich deabonnieren ist mir ist mir latte ne ist mir nicht bitte bleibt bitte bleibt alle ja ähm auch stuhl knarzen na hört man nicht so gut gut dass ihr bescheid wisst ich hoffe ihr bleibt auch trotzdem weiterhin dabei bei mir dpc freak und hoffentlich finde ich noch zeit ein paar videos für euch aufzunehmen nach diesen vier wochen ja das war's auch schon bis zum nächsten mal leute macht's gut